Hallo, mein Name ist Martin Schröer und heute geht es darum, wie eure Art, ein Spiel zu leiten, eure Spieler beeinflusst. Erstmal ein kleiner Disclaimer. Ich möchte ganz klar sagen, dass ich Manipulation nicht gut heiße. Und wie alle Methoden kann das hier gut oder schlecht genutzt werden, oder wie viele Methoden. Seid euch darüber im Klaren, dass es ganz wichtig ist, eure Spieler fair zu behandeln. Wenn ihr dann nicht wisst, wie das geht, guckt euch meine anderen Videos an, die ich irgendwie verlinke oder so. Aber es ist wirklich wichtig, es kommt alles zurück, was man in die Gruppe gibt. Und heute soll es ums Meistern gehen und es soll auch darum gehen, wie ihr eure Spieler auf eine gewisse Art und Weise beeinflusst. Aber eben nicht, um sie zu manipulieren, sondern um sie für euren Spielstil vielleicht, sagen wir, zu gewinnen. Das Pferd springt so hoch, wie es muss. Neulich hatte ich eine Spielrunde und da ist mir aufgefallen, also ein Spieler hat davon erzählt, dass sein anderer Meister total streng ist und taktisch ganz schwierige Kämpfe hat. Und die müssen immer irgendwie total gut taktisch agieren, um gewinnen zu können oder um zu überleben. Und der Meister macht es immer schwieriger, es wird auch immer schwieriger und sie werden immer besser. Also man stellt sich darauf ein. Und mir ist aufgefallen, dass er in unseren Runden zwar auch immer noch taktisch ganz gut agiert, aber einen ganz anderen Fokus auf sein Rollenspiel gelegt hat. Also das ist ihm bei uns wichtig und das spielt bei uns eine große Rolle. Natürlich kann es passieren, dass eure Spieler Altlast mitbringen, das heißt, sie sind von einem anderen Spielleiter was anderes gewohnt, als sie von euch vielleicht kennen würden, wenn ihr schon länger mit ihnen spielen würdet. Aber sie werden sich daran gewöhnen, was ihr ihnen zu bieten habt. Also, nur um ein Beispiel zu machen. Wenn eure Spieler sich lieber berieseln lassen, als aktiv zu arbeiten, dann kann das daran liegen, dass ihr gerne und auch gut eure Geschichten erzählt. Wenn ihr aufwendige Panoramen aufbaut und Minis einsetzt und sowas, dann kann es sein, dass eure Spieler das gut finden, weil ihr es so gut macht. Und wenn ihr im Rollenspiel irgendwie eure NPCs gnadenlos gut ausspielt und jedem NPC eine andere Stimme gebt, wie ihr vielleicht heute schon sehen könnt, dann kann es natürlich passieren, dass auch eure Spieler sich dafür begeistern, mit verstellter Stimme oder mit mehr Theatralik oder mehr Schauspiel einfach ihren Charakter zu spielen. Okay, also ihr könnt sehen, was ihr als Spielleiter macht, wirkt sich darauf aus. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das nutzen können. Es ist also sehr wichtig, dass ihr euch vorher gut überlegt, wie ihr Spielleiten wollt. Das heißt, was für ein Meister, ein Dungeon-Master ihr gerne sein wollt. Und dazu ist es ganz wichtig, sich erstmal ein Bild von dem zu machen, was man gerne sein möchte. Also, was ist euch wichtig? Und da hilft die Methode des Visualisierens. Und ich meine jetzt auch gar nicht irgendwie... In der Kristallkugel gucken. Nein, ich meine wirklich, sich zu überlegen und sich ein Bild davon zu machen, wie man gerne Spielleiten möchte. Wie soll für euch so ein typischer Spielabend, wenn er richtig gut läuft, aussehen? Also, geht mal ins Detail rein. Vielleicht könnt ihr die Augen schließen. Überlegt euch mal. Zum Beispiel, wird viel gelacht? Ist es ein lustiger Abend? Oder ist es sehr spannend? Wird viel gerollt spielt? Stört der Chipsesser? Also, wird am Tisch gegessen? Das ist nicht unwichtig. Gibt es Pausen? Taucht ihr tief ein? Wie ist die Immersion? Was ist euch wichtig? Setzt euch damit gut auseinander. Und ich werde gleich mal noch einen kleinen Fragenkatalog anhängen, über die Fragen, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr Lust habt, in die Visualisierung zu gehen. Was noch wichtig ist beim Visualisieren ist, wenn ihr eine klare Vorstellung habt, schon vor der Session 0, was ihr gerne möchtet, könnt ihr das an eure Spieler weitergeben. Ihr könnt ihnen klar vermitteln, was euch wichtig ist. Und diese Klarheit wird manchmal gebraucht. Ihr kennt bestimmt schon die Runden, wo ihr spielt und ihr habt ein ganzes Aufwendiges, eine ganze Welt erschaffen, habt viel Zeit da reingehängt. Und nach der fünften Session sagen zwei Spieler, ach wisst ihr, eigentlich habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. Und ich höre jetzt auf. Das ist doch super ärgerlich. Deswegen ist es ganz wichtig, sich Klarheit zu schaffen, bevor die Spieler dazukommen und euch vielleicht, ich sage jetzt mal, mit irgendwelchen Themen überrennen oder anstecken oder sowas. Also wie wollt ihr leiten? Und dann auch klar zu haben, ja, wie spreche ich das ab? Und wie bereit bin ich, irgendwelche Kompromisse einzugehen? Wollt ihr Kompromisse eingehen? Welche Kompromisse sind okay? Und dafür ist ja eine Session 0 auch gut. Und probiert das mal aus, schreibt es euch auf. Ganz wichtig ist wirklich, sich auch Sachen aufzuschreiben und sich auch davon ein gutes Bild zu machen. Also, welche Art von Spielleiter findet ihr gut? Schaut ihr vielleicht mal irgendwelche Streams an oder irgendwelche Videos? Guckt euch die Leute an, guckt euch an, was euch an denen gefällt und macht euch ein Bild davon, was ihr genauso machen wollt oder was ihr eventuell anders machen wollt. Das ist visualisieren und immer schön Notizen machen und euch vorstellen, wie ihr da sitzt und wie die Runden laufen. Warum ist der Aufwand? Naja, je klarer diese Spur ist, desto besser könnt ihr sie verfolgen. Je klarer eure Vision ist, wie ihr leiten wollt, desto einfacher wird es für euch, das zu verfolgen, das durchzusetzen und das auch durchzuziehen. und es wird euch klar nach einiger Zeit, welche Schritte ihr machen könnt und welche nicht und welche sinnvoll sind und welche euch dabei helfen, euren Spielstil, euren DM-Stil sozusagen zu verfolgen. Jetzt kommt der Punkt, dass ihr aus eurer Vision einen Spielstil entwickelt und da ist es ganz wichtig zu wissen, auch welches Verhalten ihr von den Spielern nicht wollt. Also, ich sag jetzt mal so, als Beispiel, ihr seid in einer spannenden Situation und plötzlich fängt jemand an zu lachen oder macht einen Dummwitz. So, wie reagiert ihr da drauf? Da gibt es verschiedene Sachen, die alle falsch sind. Am besten ist meiner Meinung nach im ersten Moment erstmal, das zu ignorieren und das vielleicht später anzusprechen. Wichtig ist, dass der Spieler für diese Aktion keine Aufmerksamkeit erhält. Ja, diese Aufmerksamkeit sorgt dafür, dass diese Handlung verstärkt wird. Oh, jemand hat über den Witz gelacht oder jemand hat was dazu gesagt, er hat Aufmerksamkeit bekommen. Und ihr werdet feststellen oder ihr wisst vielleicht schon, das habe ich schon in meinen Videos erwähnt, wenn Verhalten belohnt wird auf die eine oder andere Weise, das kann wie gesagt ein Lachen sein, diese Situation, aber es kann auch sein, dass jemand, wenn er nur Aufmerksamkeit möchte, dass man mit ihm schimpft, sage ich jetzt mal, bei einem schlimmsten Fall sogar, dann wird dieses Verhalten bestärkt. Wenn ihr das aber ignoriert, bekommt ihr keine Aufmerksamkeit für dieses Verhalten und es wird die Wahrscheinlichkeit senken, dass es weiter vorkommt. Ja, ihr bestimmt natürlich auch selbst durch euer Vorbild, ob ihr im Spiel esst oder nicht. Es kann sehr nervig sein, wenn ihr einen Keks esst und der andere nachher in der spannenden Szene, weil er es vielleicht nicht unterscheiden kann, auch gar nicht böse meint, dann anfängt Schipps zu futtern. Und ihr habt irgendwie spannende Musik aufgemacht und nachher immer dieses kann ätzend sein. Also seid Vorbild, esst vielleicht zusammen nur in den Pausen, wenn euch das wichtig ist. Oder besprecht irgendwas, bestellt Regeln auf und besprecht diese Regeln so, wie ihr es haben wollt. Und natürlich auch so, wie ihr eure Spieler es haben wollt. Das heißt nicht, dass ihr die überreden müsst oder überrumpeln sollt oder einfach gegen den Willen der Spieler was aufstellt, aber versucht ihnen die Gründe, warum ihr das wollt, gut darzulegen. Und ich meine, in den meisten Fällen werden eure Spieler versuchen, euch dahingehend zu folgen und es euch recht zu machen. Also mir ist es auch immer sehr wichtig, dass die Spieler untereinander agieren. Oder das Rollenspiel vorkommt. Das heißt, wenn die anfangen miteinander zu reden, werde ich einen Teufel tun, um diesen Dialog reinzuquatschen. Vielleicht versuche ich den sogar so ein bisschen anzufeuern. Und da muss ich natürlich reden. Aber ich versuche das auf keinen Fall zu unterbrechen, sondern ich versuche das so laufen zu lassen, dass die miteinander agieren. Wir hatten vor einiger Zeit eine total super Diskussion über Glauben von Paladinen und Klerikern gemischt. Das ist immer ein Beispiel, was sie sehr gerne nennen. Da haben die irgendwie, ich glaube, die Hälfte des Abends fast wirklich die Diskussion geführt und es war ein Riesenspaß, ihnen zuzuhören. Und sie haben auch Spaß dabei gehabt. Und es ist ja auch so, nicht so, dass wir irgendwas schaffen müssen in einem Abend. Am nächsten Abend haben wir was anderes gespielt. Also da war das mehr Action-lastig, sage ich mal. Es wurde gar nicht so viel gekämpft, aber es sind Sachen passiert, es gab Talentproben und so weiter. Das war also was ganz, ganz anderes. Also schaut, was nötig ist und überlegt euch gut, was ihr wollt, damit ihr das möglich machen könnt. Ja, der dritte Punkt ist Belohnen oder Bestrafen. Das klingt jetzt sehr drastisch. Ich habe es aber gerade schon ein bisschen erklärt. Also in der Verhaltenpsychologie ist es so, wenn ein Verhalten belohnt wird, dann erhöht sich die Chance, dass es wieder passiert. Also wenn ihr zum Beispiel eurem Hund Sitz sagt und er setzt sich hin und ihr geht in ein Leckerchen, dann wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass er es beim nächsten Mal richtig macht, wieder. So mit Spielern und Menschen und so ist das genau so. Ja, wenn euer Spieler versucht zum ersten Mal irgendwie seinen Charakter besser zu spielen und selbst es ist, wenn es noch nicht gut ist, versucht ihn darin zu bestärken und sagt ihm, ja, hey, das war jetzt, du bist total aus dir rausgekommen. Ja, bitte ehrlich bleiben dabei. Nicht sagen, wenn es jetzt irgendwie schlecht war, ja, es war total super, wie du gespielt hast. Ja, sonst, das führt ja zu einer falschen Selbstwahrnehmung und es wirkt auch unehrlich und euer Spieler wird das merken. Wichtig ist, ein ehrliches Feedback zu geben. Ich habe gemerkt, dass du dich total bemüht hast und ich fand es super. Wäre ein ehrliches Feedback. Und da kann man ja auch immer noch sagen, ja, wenn du noch einen Tipp haben möchtest oder so oder mir ist aufgefallen, dass, also, wenn jemand möchte, kann er gerne noch Tools bekommen, dass er es noch besser machen kann. Gut, das war das. Verhalten bestärken und bestrafen und, ja, und eben versuchen, diese Verhaltenswahrscheinlichkeit zu erhöhen von den Sachen, die euch wichtig sind. Punkt 4, ein Vorbild sein. Wichtig ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ihr zum Beispiel indirekte Rede macht, ja, die Wache erklärt euch, dass der Mann nach Osten gelaufen ist, dann ist es was ganz anderes, als wenn ihr den alten Mann am Fenster sitzen habt, der seine Arme auf das Fensterbrett aufgesetzt hat und dann sagt, ja, die zwei Typen, die waren sehr in Eile. Ich glaube, sie sind da lang gelaufen. Und ihr zeigt nach Osten oder erklärt, dass es Osten ist. Also, dieses direkte Handeln ermutigt natürlich eure Spieler dazu, das gleich zu machen. Seid ein gutes Vorbild. Wenn ihr wollt, dass am Tisch ein guter Ton herrscht, dann macht selbst einen guten Ton am Tisch, ja, sprecht freundlich mit euren Spielern. Wenn ihr wollt, dass in Action alles ein bisschen stressig ist, dann zieht die Zeit nach ab, ja, dann macht die Zeit kürzer. Okay, ihr habt jetzt noch zehn, neun, acht und dann müsst ihr euch entscheiden, was los ist. Überlegt euch, was wollt ihr tun? Eins, zwei, drei, vier, ja, Zeitdruck aufbauen, zum Beispiel, ja, in bestimmten Möglichkeiten, also in bestimmten Situationen, die Handlung vorantreiben. Das kann alles sehr, sehr spannend sein. Also überlegt euch, wie eure Tools funktionieren sollen und arbeitet damit. Das war's für heute. Ich hoffe, es war spannend für euch. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo und wenn ihr schon ein Abo anmacht, dann macht doch auch die Glocke ab. Ich schicke jeden Dienstag neue Videos zu diesem Thema raus und jeden Samstag lade ich neue Musik hoch, die ich schreibe und die, also komplett frei ist zum Nutzen. Ihr könnt die gerne nutzen, das ist für mich völlig okay, in euren Spielen, in euren Streams und wo auch immer ihr sie nutzen wollt. Also spielt die Sachen. Ich habe die auf verschiedenen Downloadportalen und ich habe sie auch hier auf YouTube. Also, das war's für heute. Macht's gut. Alles Gute. Euer Martin. Ciao. 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 Ciao.